Ein herzliches Willkommen Hallo Bei White Noise Online Ich mach jetzt einfach mal Start Das wäre jetzt aber auch kacke, wenn man euch auch doppelt hört in der Aufnahme Ne, ich glaube nicht So, hallo Da Was doofe ist halt, hier hat man keinen Kompass Ja Das ist genau, also das ist richtig mit Slenderman Alter, man hört euch echt doppelt mal Geht mal auf Option Das Problem ist, wenn ich da jetzt das auf umstelle, hört man Ja eben, geht's nicht War was, war es noch eine Option? Ne, geht nicht, geht nicht, geht nicht Ich kann's knicken So, der ist das längs Genie, hörst du mich auch doppelt? Nö Okay, dann liegt das irgendwie bei dir, Tobi Na tolle was Weil das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwas einschlippe in den Aufnahmen, dann Ja, ist egal Hauptsache wir finden jetzt die Tonbinde Okay Nein, kein Fototippen Wie Fototippen? Genie Ein Screenshot gemacht Genie Genie hat ein Screenshot Also du kannst mit Taschenlampe machen Mit Taschenlampe und rennen Wie kann man rennen? Achso Mit der Maustaste wieder Aber du darfst das Monster nicht angucken Genau, also hier bringt die Taschenlampe gar nichts Da musst du einfach nur wegbrennen Und nicht angucken Oh ja, ich sehe eins, ich sehe eins, ich hab eins Oh, wir haben das Spiel durch Ach so, bitte Was meintest du jetzt, Genie? Oh Ich hab's gesehen, links, links, links Ja, ich hab's auch gesehen, kacke Lass hier rechts Nicht, nicht hingucken, Genie Zu spät, man hat Spaß Das Ding ist, ich fühl mich jetzt wieder wie im Kindergarten, ne? Alle in einer Reihe, Händchen halten Wer hat eins, zwei Ach so, sagst du ein Friedhof-Tor oder was? Ja, und da kommt man nicht durch, oder? Oh, ich höre eins, ich höre eins hier Hab Hast du, okay Da kommen wir nicht weiter, ne? Aber hier weiter Ich fühl langsam Hunger Hä? Heute gab's Curry-Reis Wie? Du meinst, ja, nicht Curry-Reis, Currywurst mit Reis Was? Currywurst mit Reis? Ja Ja, halt Curry-Soße und Reis rein, weißt du? Richtig schön lecker Boah, hinter uns, hinter uns, hinter uns Kommst du zu uns? Und dazu ne Currywurst Ich weiß nicht mal, wo ihr seid Hier Da, Genie Atomant Hol es Higa Klick es an, mit linker Maustaste Geht nicht Geht wo Scheiße Ich komm nicht Ich komm nicht Alter, was ist das für eine Scheiße Ah, ich hab's Alles gut Okay, weiter Weiter Wo seid ihr? Hinter dir Okay Oh ne, der grüne Stein Was ist damit? Darf man auch nicht angucken Das ist, ähm, wie bei diese, beim Zeitteil, die Idole da Ja Ah Die Idols Guck dir den Pimmelstein mal an, Alter, was ist denn das für ein Versauter Alter Mit Eier Mit Eier Mit Drei sogar Alter Wir haben das verlorene Hitler-Ei gefunden Der ist, der ist übermännlich Also halten wir mal fest Ah, irgendwo hab ich das Viel gesehen Ihr hattet heute also Currywurst mit Reis Ja Ne Currywurst Ja Ja Kleingeschnitten halt Was man eigentlich mit Pommes isst Warte mal, warte mal, hier ist, hier ist, hier Hier ist auch eins Oh, scheiße, der ist direkt hinter uns Ja 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 Hier rechts, hier rechts, weiter links. Ja, dann lass rechts. Weil hier links, hier links ist wieder nur Mauer. Boah, rechts ist er. Oh, scheiße. Tobi, wo bist du? In den Augen geblinkt. Oh mein Gott, ich renne weg. Wo laufen wir jetzt? Hier lang. Wo ist hier? Hier. Rechts. Lauf. Gott. Wir müssen das alles zu, das ist ja voll dumm. Im Notfall machen wir nur eine Räuberleiter und dann können zwei überleben und einer steht da. Ja, und Zaun. Ja, man muss auch mal Opfer erbringen. Ja. Also, damit die Welt weiterhin erhalten bleibt, da muss schon ein Mann und eine Frau überleben. Also, ich bin auf alle Fälle... Ich glaube, ich habe einen Knurren gehört. Ja, habe ich auch gehört. Aber ich habe einen Flickhof. Hier beim Flickhof war doch auch eins, ne? Ja, ja. Wenn es da ist, ja. Ja, ja, ja. Ja, da vorne ist es. So. Okay, lass es da links weiter, oder? Ja. Oh, mein Bein. Oh, es juckt. Oh, es juckt. Oh, es juckt. Oh, krass. Einmal rin nicht gegen den Baum. Jetzt haben wir rechts, oder einfach noch weiter geradeaus. Ich meine, letztens haben wir es auch voll verkackt, äh, so wichtig wie mitten in die Pampa zu halten. Ja, lass, lass rechts halten hier. Oh, da ist was. Ja. Das ist ein Schild. Oh, ich glaube, ich sehe ein Tonband. Ich höre eins, ja. Jo! Geil. Alter, jetzt, jetzt machen wir das ein bisschen viel fertig, so. Noch zwei. Hier ist eine Straße. Jetzt fährt er uns gleich alle drei um, mit der Mystery-Maschine. Ja. Und da ist dann auch dieser Kiffer drin, wie heißt er noch mal? Ähm. Jetzt? Nee. Warte mal, hier links, links, guck mal. Ja. Hier ist auch noch mal so ein Anhaltspunkt. Ist das nicht irgendwie Scrabby oder so? Chaggy. Chaggy. Chaggy, genau. Chaggy. Chaggy. Ja, Chaggy. Ich, ich glaube, ich höre... Nee, doch nicht. Ich glaube, Fred war doch der sogar der Blonde. Ah, genau. Wenn du... Was? Wo? Hinter uns, hinter uns. Hinter uns, okay. Hinter uns, okay. Oder sein Tobi. Hier ist überall eine Wand. Mauer, Wand. Okay, er ist immer noch hinter uns. Immer noch. Okay, da geht's nicht weiter, also... Oh, scheiße. Oh, rechts halten, rechts halten. Ja, lauf, lauf. Tobi, lauf. Ich höre ihn. Oh, scheiße, die Ausdauer ist weg. Wow. Nein. Genie, nein. Ist du jetzt tot? Ja. Nein. Ah, Arno, geh weiter, geh weiter. Er ist immer noch direkt hinter uns. Aber bist du jetzt sicher auch ein Geist? Ja, ich sehe eure Taschenlampen. Ja, ja. Die kommen gerade entgegen. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier wieder. Aber ich sehe alles in grün. Ja, ja, ja. Bei dir ist jetzt alles hell. Ein grüner Nebel. Ich bin hinter euch. Das Problem ist nur, du kannst uns nicht sagen, ob du das Monster siehst, weil du siehst es gar nicht. Du siehst gar nichts mehr. Aber du könntest vielleicht nach Tumwändern gucken. Oh, scheiße, links ist es, links ist es. Vielleicht hörst du das dann auch und siehst die Dinge. Ich bin halt nicht so schnell, ne? Ja, ja, alles gut. Ah, ne, hier waren wir schon. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter mittig laufen. Ja. Wir können ja mal den Fluss hier folgen, so ein bisschen. Seht ihr mich eigentlich? Ja. Ja. Als blaue Siluette. Siluette, so. Hier waren wir noch nicht. Guck mal hier, diese Katzenstatuen. Hier, ich hör was. Ja. Okay. So, sollen wir hier eigentlich da nochmal hin? Ja, hier den Fluss weiter. Oder den Fluss weiter. Den Fluss weiter. Gehen wir mal den Fluss weiter. Jimmy kann ja jetzt ein bisschen weiter gucken. Das vielleicht links oder rechts halt. Boah. Alter. Weg da, Manu, weg da. Einfach laufen. Tue ich doch. Okay, dann ist das nicht. Nein, warum hat es mich? Nein. Ich hab mich. Ich bin wieder beim Penisstein. Erstmal nach links. Der Penisstein. Ja. Da ist der Penisstein. Sind wir da nicht rechts gegangen? Genau, deswegen geh ich ja grad links. Schade, man kann alles. Mensch Leute. Als Geist kannst du aber auch nichts machen. Jetzt bin ich schon wieder alleine. Alone, alone. Du wirst alleine sterben. Wie nett. Hä? Hier waren wir doch auch. Da ist der Friedhof, ja. Da ist der Friedhof. Ne, dann sind wir bei den Penisstein nach links. Tobi, hier ist, hier sind diese Drachenmäuler. Ja. Oh. Er steht direkt hinter mir. Ich seh dich. Ich was nicht. Hier. Manu, bist du das? Nein. Oh. Ernsthaft? Alter, wieso ploppt er einfach so hinter mir auf? Ja, das war bei mir auch. Ist das fies, ey. Schade. Ja. Ah. Null. Distanz-Walking. Ja. Scheiße tut der Arsch wie so langsam wieder. Ja. Weplay. Das ist immer lustig. Schreib es mir. Du sollst es mir schreiben. Was? Du sollst es mir schreiben. Willst du mir schreiben? Noch ein Puzzleteil. Er ist voll- gar nicht so dumm da. Da ein Puzzlet, ein Stückchen weiter. Da noch ein Puzzleteil. Okay, da haben wir gar nichts gefunden, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen höher gehen können. Ernsthaft, haben wir einen kompletten Kreis gemacht fast. Okay, da hat Genie ihr Leben verloren. Alter, zwei Pusse Teile hintereinander, okay, da habe ich mein Leben verloren. Und auf Manu gestorben. Aber richtig dumm, wir gehen einfach nicht in die Mitte. Wir sind nie in die Mitte gegangen. Oh, so ein Mist. Noch eine? Nee. Nee. Okay. Dann abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach unten, lasst Kommentare da und... Bye-bye. Tschüss. Ich sehe dafür, wir sehen uns ja.